Die Musiker ist die Musiker angenommen in der Stadt an der Sieg der Kultur der Prüfst, Berlin. Und die besten Themen von Böblings, die heutige Künstler vorstellen. Bitte schauen alle auf den Bildschirm. 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Die Musik Applaus Oh my god! Oh my god! Das war's für heute. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Oh mein Gott, ja! Wir sind besser in der Nähe von Tag zu Tag größer und wir sind in einer so großen Stadt wie Berlin, nein, auch in einem Filmstift in Deutschland, plötzlich getroffen, es steht im Film und Treppenstein und es wird für das bolognische Filmstift heute nicht ausgetauscht. Der Marlen ist weltweit gew�t, die Musik, als der Name der Musik und der Kunst, und die Musik im Film und die Kunst und die Musik in der Sonnenbeamdeckung. und das ist ein Teil der Verbrechtung der Musik im Filmstift. Wir haben noch die Studie vor dem Filmstift in Deutschland. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Applaus Ja, 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 ja. 1 Ja! 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 Ja!